Und da sind wir wieder. Nächster Teil von unserer kleinen, äh, dunklen Bruderschaft-Geschichte. Und wir müssen zu Gwen an den Docks. Äh, wo ist denn das? Ist das hier schon? Ja, hier ist das. Gut. Dann steigen wir wieder vom Pferdchen ab. Und ich muss immer noch sagen, ich bin immer noch geflasht. Äh, wir weg. Dann reisen wir mal. Und ich muss auch sagen, es ist einfach, das Spiel ist einfach so. Also, ich weiß, ich weiß noch nicht, wie es im Gruppenspiel ist. Muss ich dazu sagen, ne? Ich weiß es einfach noch nicht. Und, äh, aber was ich so vom Spiel bisher erlebt habe, ist es halt, du hast im Grunde genommen ein megagroßes RPG mit Gruppenoptionen. Weil bisher musste ich noch für nichts eine Gruppe haben. Ne, das ist, äh... Hä? Äh, ich bin im Wasser gekommen. Sehr schön. Musste ich hier noch gar nicht hin? Mir gefällt nicht, wie der Berg dieser Tage grollt. Da freue ich mich, dass wir demnächst in See stechen. Naja, sind wir ruhig. Äh... Findet die Zuflucht. Ich hoffe mal, ich bin hier gerade in Waldheim. Ne. Ich muss noch, ich muss zurück. Äh, ich muss nach Goldfurt wieder. Ich bin nicht so gut wie bereit, in See zu stechen. Wir gehen nach Sadrid Mora, falls ihr dorthin wollt. Nur entscheidet euch schnell. Bei den Dreien... Ich hatte eigentlich vor, als nächstes nach Sadrid Mora zu segeln. Aber es macht mir nichts aus, euch zu mal, Jans Hauptschluss zu bringen. In den Hauptstädten laufen die Geschäfte immer gut. Bei den Dreien... Ich habe den Berg noch... Wir gehen nach Sadrid Mora, falls ihr dorthin wollt. Nur entscheidet euch schnell, mit der nächsten Flut... Ja, bring mich, bring mich da mal hin. Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen falsch abgebogen, glaube ich. Komplizen... Wir weg. Mein Schiff ist das Schnellste, wenn der Ort einen Hafen und einen Dock... Wir weg. Ähm, wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt in dem Spiel, das ist klar. Aber... Ich muss doch... Ich muss wieder zurück nach Waldheim. So viel steht schon mal fest. Das ist doch... Das ist doch Morrowind. Das ist doch mit dem Pilz und so weiter. Das ist doch eindeutig Morrowind, oder? Wo ist denn hier der Schrein da unten? Hier gibt es viel... Also hier gibt es... Hä, das ist doch eindeutig Morrowind. Naja, du mich auch. Äh... Waldheim, Waldheim, Waldheim. Goldküste. Wir gehen mal zurück. Jetzt bin ich verwirrt. Aber das war eindeutig Morrowind. Nur, um das mal so... Klarzustellen. Äh, Pferdchen? War ich doch am falschen Dock? Nee, das ist ein Spieler. Ja. So, jetzt sag mal, was sagt die Quest? Von Waldheim. An den Docks von Waldheim. Es gibt in der Liste aber kein Waldheim. Das ist Anvil. Mach mal zu. Ups, nee, hier. Komplizen. Hier bin ich. Waldheim. Wo ist Waldheim? Das ist Wadenfall. Teil jetzt Mora. Wie weg. Das ist auch nicht Waldheim. Worte und Region. Jetzt. Äh? Eine Demon's No More Kim braucht einen Partner für einen schwierigen Auftrag. Ich habe ihr Angebot angenommen. Ach, das ist gar nicht das, was ich machen muss. Das ist gezeichnet mit Blut. Womit ich dunkle Bruderschaft überweisen möchte, spreche ich nach einem kaiserlichen, adeligen Namen. Ich muss die schwarze Tür finden und Zutritt zur Goldküstenstadt der dunklen Bruderschaft. Ich bin auf dem falschen... Ich bin dem falschen Signal gefolgt. Äh, wo ist das? Hier oben. Puh, äh, gut. Äh, my fault. Noon. Noon. Ich habe gemordet. Ich habe mich wieder freigekauft. Boah. Ups, schluck auf. Ähm, also. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie lange das hier mit der dunklen Bruderschaft läuft. Ich habe dafür, wie ihr sicherlich mittlerweile mitgekriegt habt, ähm, eine eigene... äh, eine eigene Playlist angesetzt, angelegt. Also für alle, für alle Specials, die kommen, ne? Jetzt ist, sei es jetzt die dunkle Bruderschaft, es gibt ja noch ein paar mehr. Ähm. Und dann werden wir mal schauen. Übrigens, muss ich sagen, nicht so schlecht, das Gebiet. Muss man ja mein Pferdchen bisschen, bisschen, bisschen drücken. Bist du böse? Nö. Da sind ein paar Banditen. Oh, sieht schick aus hier. Doch, kann man nix gegen sagen. Das ist... Verdammt, wie war jetzt die Losung für die Tür? Halt... Ihr wisst ja, alles ist wichtig. Nichts ist wichtiger, außer Ahorn. Ahorn. Sehr schön. Äh, Pferdchen. Komm. Hier ist das dunkle Tor, ne? Und da sind wir. Freistaat. Freistaat. Staat. Freistaat. Freistaat. Also Stadt wie Städte. Okay, alles klar. Okay. Und da sind wir bei der dunklen Bruderschaft. Äh, hallo? Gibt's hier auch Leute, die nicht aussehen wie Skelette? Ich geh mal aus, dass es irgendwo hier oben ist. Äh, ganz ehrlich, äh, heimlich ist was anderes. Äh, ganz ehrlich, äh, heimlich ist was anderes. Ich bin die Matrone dieser Freistaat. Gehorcht mir bedingungslos. Und ich bin sicher, dass wir uns gut verstehen werden. Und das ist für euch die verhüllte Rüstung. Die Uniform der dunklen Bruderschaft. Ihr seid jetzt Teil der Familie, also dürft ihr auch ruhig so aussehen. Und da ihr solches Geschick mit der Leidensklinge bewiesen habt, solltet ihr auch dies hier nehmen. Ich erwarte Großes von euch, Initiant. Äh, Entschuldigung, ich hatte gerade mal, äh, warte mal, verhüllte, verhüllte Rüstung? Klar. Äh, Kiste, er hat eine Waffe von Sittis Berührung. Ich hoffe mal, das ist ein Deutsch oder eine Axt. Irgendeine Einhand. Ähm, charakteristische Rüstung der dunklen Bruderschaft. Okay. Ähm. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Kinder der Mutter der Nacht und unseres Schreckensvaters. Sogar einsame Assassinen brauchen eine Familie. Stellt euch den anderen vor. Sie können euch Rat und Informationen geben und euch bei schwereren Kontrakten sogar unterstützen. Oh. Bekomme ich bald wieder einen Kontrakt. Ihr seid eifrig, was? Das ist gut. Dann geht und sprecht mit Elam Drals. Er kümmert sich um die kleineren Kontrakte für neue Initianten. Beweist euch ihm und interessantere Aufträge werden folgen. Willkommen in der Familie. Gracias. Seht euch in der Freistadt um. Trefft die anderen. Zumindest die, die gerade daheim sind. Ich glaube, grüne Giftzunge, Kor, Hildegard, Mirabelle, Simba und Tanek sind verfügbar. Sobald ihr fertig seid, sollte... Wo habt ihr das? Ach, darüber haben sie auf dem Anwesen der Adligen gesprochen, nicht wahr? Aber diese Bastarde. Es ist wahr. Jemand tötet unsere Brüder und Schwestern. Wenn die Jäger zu Gejagten werden, ist es, als wäre die gesamte Welt aus dem Gleichgewicht geraten. Wir gehen der Sache nach. Es ist für uns nichts Ungewöhnliches, das uns unsere Vergangenheit einholt. Und wir können auch nicht über einen Mangel an Feinden klagen. Wir werden erfahren, wer dieser Mörder ist. Und dann wird Vergeltung geübt. Es mag sein, dass nur wenige die Dreistigkeit besitzen, sich uns offen entgegenzustellen. Doch es gibt viele, die die Bruderschaft zerschlagen sehen wollen. Das hier fühlt sich anders an. Bleibt wachsam, haltet die Augen offen und berichtet uns von allem, was euch bei der Ausübung eurer Pflichten sonst noch auffällt. Jetzt die wichtigste Frage überhaupt. Ein wenig Strebsamkeit ist gut für die Seele, aber es darf nicht zu viel werden. Erfüllt die Kontrakte, die euch zugeteilt werden. So einfach ist das. Jedes Leben, das ihr zu Scythes schickt, erfreut die Mutter der Nacht und mehrt euer Ansehen. Erfüllt genügend Aufträge und ihr werdet belohnt. Was geschieht, wenn ich gut fahre? Wir betrauen euch mit schwierigeren Kontrakten und weisen euch auffälligere Ziele zu. Der Lohn ist größer und wir werden euch bitten, der Bruderschaft in wichtigen Angelegenheiten auszuhelfen. Aber ihr solltet nichts überstürzen. Beginnt erst einmal mit Elamskontrakten. Äh, okay. So. Dunkle Bruderschaft. 20? Keine Ahnung, was das war. Aussehen. Kostüme. Warte mal, wie sieht denn das hier aus? Mit. Ja. Ja. Kann man mal anhalten. Kann man mal anbehalten. Ich bin jetzt, ich bin ja einer von denen. So. Ähm. Was war der? Ach ja, wir haben noch die Waffenkiste gekriegt, ne? Äh, die ist schon mal, die kann schon mal zerstört werden, weil die bringt nichts. Bitterer Tee bringt auch nichts. Das ist Trödel. Wie viel Trödel habe ich jetzt? Äh, genug, um schon mal wieder zu verkaufen. Äh, bapapapa, bapapa, schriftrolle des Lernens. Unidentifizierte Waffe. Echt jetzt ein Zweihandhammer? Wollt ihr mich verarschen? Äh, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich kann das Ding direkt wieder wegschalten. Ich kann das Ding direkt wieder in die Tonne treten. Kann analysiert werden. Super, danke. Nett. Äh. Bist du Elam? Naja, es gibt Zunge. Ah, ich hörte schon, dass es einen neuen Initiant auf dem Gelände gibt. Ich schaute gerade in meine Notizen und musste feststellen, dass es bedauerlicherweise nur wenige Einzelheiten über euch gibt. Ein misslicher Umstand, den wir bald beheben müssen. Hm, nicht unbedingt. Hat sie das? Interessant. Ich frage mich, was sie diesmal vorhat. Nun, ich bin mir sicher, am Ende wird sich das alles klären. Sogar, was euch anbelangt, schätze ich. Kennt ihr denn diese beliebte Gepflogenheit aus Schwarzmarsch nicht? Dass wir verschiedene giftige Gebräue zu uns nehmen, um unsere natürliche Immunität zu stärken. Ich habe so viel getrunken, dass meine Zunge grün wurde. Ha, ha. Darauf fallen die neuen Initianten jedes Mal herein. Äh, so oder so. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Die Freude ist ganz meinerseits, Initiant. Ich freue mich schon, euch ausgiebig zu befragen, sobald ihr die Zeit dafür findet. Natürlich nur für meine Tagebücher. Ich führe penibelste Aufzeichnungen. Ich helfe euch, ihr helft mir. Sprechen die Bretonen in einem solchen Fall nicht von wechselseitigen Gewinnen? Vielleicht, je nachdem, was ihr genau meint. Seid versichert, dass sämtliche Gedanken und Beobachtungen, die ich hierin festhalte, streng vertraulich sind. Nochmal. Ich kann es nur wieder erwähnen. Die Synchro ist super. Von der Antwort bin ich mir aber sicher, dass ich sie aufgeschrieben habe. Studiert die fünf Gebote. Lernt sie. Prägt sie euch ein. Lebt sie. Es gibt ein Exemplar in der Freistadt. Irgendwo. Ich würde euch ja die hier anschauen lassen. Aber ich lasse niemanden meine Tagebücher lesen. Das wäre nicht ratsam. Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich habe gerade ein bisschen gekleckert mit meinem Getränk. Ähm, das ist nicht gut. So, weil das ist nämlich klebrig. Ist nämlich, äh, ja. Zuckerhaltiges. Koffeinhaltiges, äh, ne, zuckerhaltiges Koffeingetränk. Koffein-Mischgetränk. Ne, oder so ähnlich. Ist egal. Äh, noch was? Was für ein wissbegieriger Geist. So lausche denn gut, Initiant. Kontrakte müssen ernst genommen werden. Befolgt die Anordnungen der Matrone stets bis ins Kleinste. Und lasst euch nicht umbringen. Obwohl sich das wahrscheinlich von selbst versteht. Lebt wohl. So, das war die Echse. Steht hier hinten noch einer. Die Lüge. Die Lüge. Mirabelle. Ihr seid also der neue Initiant. Hallöchen, Mirabelle. Ihr seid jedenfalls niedlicher als der letzte. Kann durchaus sein. Und warum sollte es auch anders sein, Schätzchen? Ich bin schließlich ihr Liebling. Genauer gesagt bin ich der Liebling von allen. Ich bin sicher, ihr werdet mir dabei zustimmen. Jedenfalls ist es mir eine Freude, euch kennenzulernen. Möge die Mutter der Nacht euch auf ewig in ihrer kalten, liebenden Umarmung halten. Hm, ja. Einige wenige. Ab und an schickt der Sprecher neue Initianten in die Freistadt. Frisches Blut, wenn ihr versteht. Vor euch gab es da einen bezaubernden jungen Burschen aus Glen Umbra. Wenn so und so, glaube ich. Wirklich eine Schande. Er war doch viel zu lecker, um so jung zu sterben. Hütet eure Zunge, Initiant. Wir sind hier die Mörder und nicht die Opfer. Doch ich nehme an, die Umstände waren schon etwas ungewöhnlich. Jemand hat Van mit mehreren Dolchen an der Wand im Gasthaus in Quatsch festgenagelt, wenn ich diesen Schurken finde. Man jagt doch keine Jäger. Man wird von der Bruderschaft gejagt. Alles andere ist doch ein Verstoß wieder die natürliche Ordnung. Doch genug von diesem düsteren Gerede. Das macht uns doch nur ganz durcheinander. Da fände ich es verlockender, über etwas anderes in helle Aufregung zu geraten. Ihr solltet darüber gar nichts wissen, Schätzchen. Immerhin sind wir eine Geheimgesellschaft. Muss ja kommen. Ich schätze, ich darf euch allerdings verraten, dass wir der Mutter der Nacht dienen. Ihre kalte Umarmung hält uns zusammen. Schmäht sie niemals. Unsere Kontrakte sind nicht nur schnöde Aufgaben. Wir führen ihren Willen aus. Liebste Mutter, liebste Mutter, schickt mir euer Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Diese Worte ergeben als Teil eines komplexen Rituals das schwarze Sakrament. Der Weg, auf dem die Bedürftigen zur Mutter der Nacht beten. Unsere Mutter erhört das Gebet und flüstert ihre Antwort der Zuhörerin zu. Die Zuhörerin entsendet einen Sprecher, um die Einzelheiten zu regeln und den Kontrakt aufzusetzen. Anschließend wählt der Sprecher einen Assassinen aus, um den Willen unserer Mutter auszuführen. Es ist mehr als nur ein Beruf. Es ist eine Berufung. Ach, das wird mir jetzt für meinen Geschmack alles ein bisschen zu ernst, Schätzchen. Reden wir doch über etwas, ach ich weiß nicht, Dekadenteres, ja? Zum Beispiel darüber, wie ich euch am Ohr knabbern würde, wenn Simba nicht hier wäre. Er sieht uns doch, oder? Vielleicht, wenn ich nur ganz kurz knabbere, hm? Äh, lebole. Mit dem soll ich nicht reden. Äh, dann gehen wir mal zum nächsten. Also wir quatschen jetzt noch mit den ganzen Leuten hier und dann machen wir für die Folgeausschluss. Hm, also... Tanek! Ihr seid also der neue Rekrut, was? Bretone? Nein, sagt mir nicht euren Namen. Ich werde euch einfach Neuklinge nennen. Das kann man sich leichter merken. Und ich werde euch wohl ohnehin nicht allzu lange kennen. Ja, Neuklinge, das ist viel besser. Oh, ich wollte euch nicht zu nahe treten. Ich glaube nur an völlige Aufrichtigkeit. Wir haben unlängst einen Initianten und eine voll ausgebildete Assassine verloren. Mirabelle verleugnet es. Aber ich weiß, was da vor sich geht. Jemand macht Jagd auf die Bruderschaft. Und ihr gebt ein verlockendes Ziel ab. Versucht ihr hier die unheimliche Nummer durchzuziehen? Nicht schlecht. Aber ihr müsst noch an eurer Technik feiern. Ich bin sicher, ihr braucht einfach nur ein bisschen mehr Übung. Sei's drum. Seid mir dort draußen wachsam, Neuklinge. Wir sind nicht mehr das einzig Gruselige, was in den Schatten lauert. Die dunkle Bruderschaft ist gut zu mir gewesen. Sie brachte mir bei, meinen Zorn zu bündeln und den Schreckensvater durch mich wirken zu lassen. Ich habe ein Zuhause, ein Einkommen und Regeln, nach denen ich leben kann. Hier in der Freistadt hat das Leben für mich einen Sinn. Oh, Neuklinge, es gibt immer Regeln. Der Trick ist, dass man lernen muss, wie sie aussehen, bevor man mit der Hand in der Keksdose erwischt wird. Für uns dreht sich alles um die fünf Gebote. Ich bin sicher, es gibt irgendwo in der Freistadt ein Buch über sie. Andorisa und Van? Die eine war eine erfahrene Assassine, die ihr Handwerk beherrschte. Der andere war ein frischer Rekord, der noch kaum Blut auf seiner Klinge hatte. Ein wenig wie ihr, Neuklinge. Es könnte nur ein Zufall gewesen sein, aber ich glaube, sie fielen demselben Mörder zum Opfer. Der sieht so ein bisschen aus, wenn er redet. Und die Zähne, die weißen Zähne, so auskommen, sieht er so ein bisschen aus wie Chris Rock. Nur so ein Gefühl, schätze ich. Und die Art, wie man sie dort hat liegen lassen, wo jeder sie sehen konnte. Jemand war stolz auf sein Werk und wollte, dass jeder davon erfährt. Und es muss jemand vom Fach gewesen sein. Andorisa war zu gut, als dass ein Laie sie hätte ausschalten können. Madrone Astara erzählt uns, was wir zu denken haben und nicht umgekehrt. Aber ja, wir haben darüber geredet. Wir können nur wachsam bleiben und versuchen herauszufinden, wer hinter den Morden steckt. Bis dahin jagen wir nur Schatten nach. Sehr gefährlichen Schatten. Leben Sie wohl, Mr. Hallo? Äh, hier ist niemand. Jetzt bei der Bruderschaft zu klauen, wäre blöd, ne? Relativ eingeschränkt. In Ordnung, Kleines. Nur ein neuer Geruch. Unser neuer Bruder ist wohl hier. Kommt schon, Hilde. Seid nicht scheu. Tut mir leid. Bei Fremden kann sie ängstlich sein. Neu, Bruder. Willkommen, willkommen. Wenn ihr irgendetwas braucht, was es auch sein mag, dann kommt zu mir, ja? Natürlich, es ist wichtig, alle kennenzulernen. Ihr seid jetzt Teil der Familie und Familienmitglieder helfen einander, so wie wir es immer tun. Oh, das ist kein Wehrwolf. Nun, ich schätze mal, das ist schon einer. Aber das ist auch die kleine Hildegard. Sie ist wirklich lieb. Aber ihr müsst ihr später Hallo sagen. Sie hat immer noch nicht den Dreh raus, wie sie ihre Verwandlungen kontrollieren kann. Hildegard ist wie die kleine Schwester, die ich nie hatte. Aber ihre echte Familie war furchtbar. Sie tranken das Blut von Wehrbestien. Das ist ein gefährlicher Brauch, wenn auch kein ganz Unbekannter in den Landen der Nord. Sie zwangen sogar ihre Kinder, ihn zu pflegen. Wir nehmen es an. Doch warum sie ihre Verwandlungen nicht kontrollieren kann, das bleibt ein Rätsel. Sie hat eines Tages die Beherrschung verloren und ein anderes Mitglied des Clans verletzt. Sie verfluchten sie woraufhin, sie flüchtete. Später habe ich sie dann gefunden. Sie war verwirrt, allein und so gut wie wahnsinnig. Ich bin ein geübter Jäger. Das Zähmen von Tieren ist so etwas wie meine zweite Natur. Es dauerte eine Weile, aber sie fasste Vertrauen zu mir. Sie nahm mich als ihren großen Bruder an. Doch bevor es so weit war, hätte sie mir fast die Haut vom Gesicht abgezogen. Seht ihr, die Narbe habe ich immer noch. Nun wisst ihr, es gibt da einige Dinge, über die wir in der Öffentlichkeit nicht reden. Hoffentlich versteht ihr das. Ich sage euch aber gern, dass es uns hier sehr gefällt. Wir gehören der besten Familie der ganzen Welt an. Und wir sind froh, dass ihr bei uns seid. Hilde sieht das sicher genauso. Auch wieder gesehen. So, jetzt bleibt noch einer übrig. Und der ist irgendwie ganz weit weg. Ich finde übrigens die Rüstung ganz schön schick. Also nicht so unschick. Ich habe schon schlechtere Rüstungen gesehen. Was sagt ihr dazu? Vor allem, was mir jetzt jetzt auffällt, dieses schwarz-rote, dieses schwarze Gesicht mit der roten Bemalung, das passt dazu richtig gut. Und das war nicht mal Absicht. Das ist schön. Hallöchen. Hallo, 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 hallo. Wo ist er denn? Hä, wo steht er da drum? Wie? Ach, hier sitzt er. Der sieht ja geil aus. Ist das ein Org? Elmar da ist. Nee, das ist ein Elb. Wohl an, Bruder. Ich koordiniere die eher alltäglichen Kontrakte unserer Familie. Ich würde vorschlagen, ihr gewöhnt euch an dieses Gesicht, weil ihr mich nämlich ziemlich oft sehen werdet. Mh, möglich. Ist das so? Seid ihr sicher, dass ihr euch das aufgetragen hat? Ihr wollt ja nicht gleich an eurem ersten Tag in der Freistaat in Schwierigkeiten geraten. Wo ihr schon mal hier seid, können wir auch gleich eure weitere Ausbildung besprechen. Ausbildung? Ja. Plappert mir nicht alles nach. Das geht mir auf den Geist. Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, eure Ausbildung. Schließt einen Kontrakt ab und ihr erhaltet eine Belohnung. Beweist euch und euch werden wichtigere Kontrakte zugänglich gemacht. Es ist wirklich simpel. Okay, soweit komme ich mit. Ich denke zwar nicht, dass ihr mehr als eine Woche übersteht. Aber wenn ihr schon mal hier seid, bereit für euren ersten Kontrakt. Initian? Und 71 Gold verdient. Ohne einen umspringen. Jeder wendet sich durch das schwarze Sakrament an die dunkle Bruderschaft. Jene, die gewaltige Mengen an Gold übrig haben, unterstützen wir in der Regel auch bei sehr viel gewöhnlicheren Anfragen. Seid ihr bereit, euren ersten Kontrakt zu übernehmen? Warte mal, gewöhnlich in die Klinge? Geld? Ja. Üblicherweise schaut ihr in das Kontrakthauptbuch zum Tode auserkoren. Aber ich habe persönlich etwas Besonderes für euren ersten Auftrag ausgewählt. Eine Lieferaufgabe. Reist in die Stadt Quatsch, spürt das im Kontrakt genannte Ziel auf und schaltet es dann aus. Ich rate euch zwar an, mit der Leidensklinge zu üben, aber solange das Ziel stirbt, spielt das Mittel keine Rolle. Bekommt ihr das hin? Jo. Auf was wartet ihr noch? Bei mir gibt es nicht viel zu sehen. Und in dem Raum hier auch nicht. Tschüss. Gut, dann geht es in der nächsten Folge noch Quatsch, würde ich sagen. Und bis dahin. Auf Wiedersehen und bye bye. Bis dahin. Ist das?